hallo raus wie das mal oben tauschen mann digga wie die da campen ist das so schlimm echt traurig ist der jetzt nach oben gejumpt ich werde erstmal richtig kopf genommen ja geh halt oben mit dem seil digga was für runter die campen zu krass die campen jede rippline ab ja einer schon genockt aber der wird jetzt ich will jetzt die von anderen weiter na und wenn der wohl komme ich vorbei ich liebe ja jetzt lud nicht du huren sonnen das ist ehrenlos jetzt fänden die die scheiße wie als neuschwanstein digga necklicher mann das ist der stein weg die deckung ist weg weg kommen wir ja da gibt es noch ein ticket in der lobby mann ja wo du kannst du mitbringen was soll ich ja noch mitbringen doch was sie noch mitbringen Die Lehmann-Gas-Lose! Wo ist denn dich? Du kannst aber noch mal gucken! Ja, go, go, go! Go, go, Power Rangers! Guten Tag! Freitag! Salam! Hola! Jawoll! Jawoll! Ich und Romy sind Top 80. So alt seid ihr schon? Na! Ja, das macht manchmal ganz schön alt. Oh, die betreibt doch nicht mit 18 Tc. Was falsch in der Tc. Ja, das stimmt. Ich hatte schon mal eine Runde gehabt, da war ich dabei gewesen. Da hat er fast um die 50 gehabt. 42. 43 war Weltrekord. Ja. 43 war's. 43 Solo-Kills. Was bieten ihr? Warte, nein. Warte, nein. Warte, nein. Ich hab' noch mal neul, dann gehen wir wieder ein Wars-Election. Du bin ich auch schon. Oh, so le... Warte, das ist in 3 Minuten. Warte, ich bin mit. Oh, nepe! Ich hab' gar nicht beigetragen, Digga. Was? 22 Kills. Sehr langweilig für Gordon. Ich bin hier auf den Botz. Das stimmt. Ja gut, das eine Team, das war echt. Aber Ende wird ganz aufmerkackt gegen mich. Ja. Yay, verbringend. Pullover, was soll ich denn mitbringen, Sonntag? Sag was. Nudelsuppe. 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 So, eine Runde können wir noch. Doch mal so ne Runde gewinnt. Ui, go. Aussi, die Start-up-Sachen weg. Ich hab' lieber nichts gehört. Sie will das ja bitte. Jetzt kann ich dich aber töten. Oh, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, Set vielmehr, das wunderbar. Ja komm, Tete. Auch schon hat 32. Dichtige. Rödelig. Was? Geradeaus. Hey, Mann, Tete. Hinter mir. Hey. Jetzt kommt noch einer. Alla. Was wollt ihr denn alle von mir? Hm. Das ist so klein. Ja. Du bist so klein. Hm. Hey, ähm, äh, Raffi? Ja, ähm, Samstag ist ja das Turnier. Ja. Und Sonntag auch, oder? Ja, das brauchen wir ja. Ja. Opfer. Wie ist denn das so ein bisschen hier? Was gibt's da für Preis? Gar nix. Was ist Notwirtschaftsverfahren? Also du gönnst uns 20 Euro aus? Du bist ja immer so großzügig. Hast du ein großes Puppe halt? Sag mal so, mein Budget wäre dann da, wenn alle Leute auch mal bei den, ähm, gespondernden Spiel mitmachen würden, dann wird das auch alles kein Problem. Und wer für sowas dann auch ein Budget da? Wer ist trotzdem noch da drin? Ah, genau. Ich hatte das Spiel. Okay, 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 okay. Ich hasse Fortnite. Wach. 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 Jetzt bin ich wieder so... Schlauer. Schlauer. Schlauer sieht man. Fällt eine VK 100 T in die Richtung gleich. Sehr schlau. Grauer. Jetzt bin ich da... Jetzt bin ich da jetzt... Wenn ich das jetzt wirklich nicht tun... So ich jetzt ärgern, oder würde es mich nur anschließen? Komm, das schaffst du. Nein, der war da hinten eben, aber ich muss, ja da, jetzt habe ich doch was gehört. Ja, der ist direkt an und bei dir. So guck. Der war episch. Das möchte ich einfach wirklich ausmachen. Ach das. Ich bin... Ja, ich bin... ... 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